Herzlich Willkommen zur Sonnenklar-TV Jahresabschlussfeier 2019. Zeit zurückzublicken. Wie hier aussieht, Sebastian, hast du hier gestern gefeiert? Das gibt's ja gar nicht, hey. Also so fängt ja das gute Jahr gleich gut an. Halb drei und kein Mensch hat hier bisher sauber gemacht. Also das geht nicht. Aber, komm, wir kriegen hinterher schon jemanden, der uns hilft, oder? Sie vielleicht. Sebastian und ich, wir wünschen Ihnen ein wunderbares neues Jahr 2019. Nur das aller allerbeste, bleiben Sie gesund. Das ist das Wichtigste, alles andere kann man kaufen. So auch unsere günstigen Reisen, oder? 2019 war wieder ein Jahr voller Traumurlaube. Denn mit Sonnenklar-TV erleben Sie die schönste Zeit des Jahres an den beliebtesten Zielen der Welt. Ob Ihnen dabei der Sinn nach Strand und Sonne steht, oder eher nach einem erlebnisreichen Aktivurlaub. Für das passende Angebot sorgen wir. Perfekt präsentiert von unseren Moderatoren. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen live bei Sonnenklar-TV. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Da ist ja noch gar niemand in diesem Set. Ja, ich muss, ich, ich war noch beim Essen. Es war so lecker. Aber das kann auch mal passieren hier bei uns in der Live-Sendung, oder? Ja, bei uns im Studio war wieder einiges los. Das passt richtig gut zusammen, das Geräusch hat hier drin. In die Kamera, bitte. Die Jungs, die riechen hier das Essen. Also Leute, in der Regie, für euch bleibt, glaube ich, jetzt nicht mehr viel übrig. Guck mal hier. So, jetzt, wir bekommen ja übrigens immer wieder Führungen bei uns im Studio. Und aus Holland ist jetzt eine ganze Gruppe Touristiker bei uns angekommen. Und zack, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Harry war weg. Ja, und da steht jetzt hier mit meiner holländischen Kolleginnen und Kollegen. Hechtlich willkommen. Ganz viele. Und bei unseren vielen Live-Sendungen ging auch mal was schief. Aber ganz ehrlich, wie breit. Ist es eine typische Urlauberinsel, hat Sie auch mit den Olivenbäumen vor Ort Besonderheiten zu bieten? Ja, ja, also Rottes Stadt ist wirklich eine richtig schöne Altstadt. Also lohnt sich auf jeden Fall auch mal als Tagesausflug, da durch die Stadt zu schlendern, in diesen kleinen Cafés und Bars sich niederzulassen. Bei SocialKlarTV wurde sogar musiziert. Kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Und dann gab es auch die ein oder andere Ablenkung, die unsere Moderatoren aber souverän im Griff hatten. Rottes Stadt. 908 Euro, ich muss mal niesen, Entschuldigung. Guck ins Licht. Hilft das? Eigentlich immer. Wir hätten noch einen Film. Ich denke schon, es redet keiner mehr mit mir aus der Regie. Red mal noch eine halbe Stunde. Das möchte niemand mit dir reden. Dann sage ich jetzt auch nicht mehr. Seht zu, wie er klarkommt. Viel Spaß. Ja, wie gut, dass wir unsere Urlaubschecker haben, die live vor Ort sind und von ihren beliebtesten Urlaubszielen berichten. Von Malta, aus der Türkei, von der weltgrößten Reisemesse oder aus fernen Ländern. Dabei entstehen ganz besondere Eindrücke. Also er sagt, dass wir herzlich willkommen sind in der Karibik, in der Dominikanischen Republik. Er ist seit längerer Zeit Musiker. Er freut sich, dass auch die Sonne überscheint. Das ist für ihn etwas, das kommt aus dem Herzen heraus. Er liebt die ganze Geschichte. Und ja, er ist ein guter Mensch hier in Santo Domingo. Dementsprechend. Gracias. 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 Damit verabschiede ich mich und gebe das Mikrofon nämlich an die Kids weiter, weil die haben sich natürlich riesig gefreut, jetzt unseren Zuschauern auch so ein bisschen was zu präsentieren. Ich gebe das Mikrofon weiter und wünsche ganz, ganz viel Spaß. Für sie in der Welt unterwegs sind auch Promis, wie unser Harry aus dem Tropenparadies Gambia. Es ist wirklich ein Traum hier. Hier gibt es wirklich viel zu erleben, viel zu sehen und vor allen Dingen viel zu genießen. Oder Horst Naumann von der MS Berlin. Ja, das alles ist ganz wunderbar. Es macht Spaß, es macht Freude. Neu in der Sonnenklar-TV-Familie ist Hatice, die sie heute Abend persönlich grüßt. Ja, hallo Essen, liebe Freunde und liebes Sonnenklar-TV-Team. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich gerne heute mit euch feiern würde. Zum einen, weil ich weiß, was für ein besonderes Event heute ist und zum anderen, weil ich ganz genau weiß, was für rauschende, feste Sonnenklar-TV immer ausrichtet. Oh ja, 2019 war ein Feuerwerk an Sonnenklar-TV-Events. Events, bei denen Sie der allerwichtigste Teil sind. Denn mit Ihnen, liebe Sonnenklar-TV-Urlauber, machen wir vor allem eins richtig gern. Zusammen feiern. Sonnenklar und jeden Traum mal eben klar. Ob bei Schlager trifft Pop. Oder bei der glamourösen Gala zur Verleihung der goldenen Sonne. Ein außergewöhnlich emotionaler Abend, der für uns alle zum gemeinsamen Erlebnis wurde. Zeit, Danke zu sagen. Danke, dass Sie uns vertrauen und mit uns die schönste Zeit des Jahres verbringen. Danke für 2019. Ja, das war es dann. Insofern, es gibt kein Alkohol mehr. Das heißt, für mich gibt es keinen Grund, hier zu bleiben. Jetzt an diesem Mittag. Ich sage Tschüss, verabschiede mich. Ich hoffe, Sie bleiben reisefreudig. Und vergessen Sie es nicht, ich bin Ulf der Kunstwandel. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020